Franz Beckenbauer, 78, den Tod von Sohn Stefan Beckenbauer, 46, überwand er nie. Franz Beckenbauer musste den tragischen Verlust seines Sohnes Stefan verkraften. Der Sohn der Fußballlegende starb 2015 an einem Hirntumor. Franz Beckenbauer, 78, war nicht nur eine echte Fußballlegende, sondern auch ein wahrer Familienmensch. Der Kaiser hatte fünf Kinder. Sein ältester Sohn Thomas, Sternchen, 1963, stammt aus einer Liaison mit der Versicherungsangestellten Ingrid Grönke. Mit seiner ersten Ehefrau Brigitte Wittmann, von 1945 bis 2021, bekam er zwei weitere Söhne Michael, Sternchen, 1966. Und Stefan, von 1968 bis 2015. 2000 wurde Franz Beckenbauer dann erneut Vater eines Sohnes, Joel. Drei Jahre später kam Tochter Francesca zur Welt. 2015 musste die Familie jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Sohn Stefan, der als einziger in die Fußstapfen seines berühmten Vaters trat, starb an einem Hirntumor. Er war ebenfalls Fußballspieler, musste seine Karriere aber aufgrund einer Knieverletzung vorzeitig beenden. In den letzten Jahren arbeitete er als Scout und Trainer in der Jugendabteilung des FC Bayern München. Die Nachricht vom Tumor erhielt die Familie im Jahr 2013. Der damals 44-Jährige arbeitete zu der Zeit als Cheftrainer der B-Junioren des FC Bayern München. Franz Beckenbauer reiste mit seinem Sohn zu Fachärzten nach Heidelberg. Die Ärzte in der renommierten Neurologischen Klinik kämpften mit allen Mitteln. Doch die Krankheit war zu aggressiv. Stefan Beckenbauer starb am 31. Juli 2015 im Alter von 46 Jahren. Er hinterließ seine Ehefrau Nicole sowie die drei gemeinsamen Kinder Luca, Elias und Dominique. Der Weltmeister von 1974 hat sich in Interviews immer wieder zu dem Tod seines Sohnes geäußert. Ich weiß nicht, ob man den Tod seines Kindes jemals verarbeiten kann, sagte er einmal.